Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir sind noch in der Osteroktav und weil das ganze auch zeitlich jetzt noch nicht zu weit zurück liegt und weil sie so abgestimmt haben, spreche ich heute über die RTL-Sendung Passion. Bleiben Sie gerne dran. Vorab wie immer würde ich mich freuen über ein klitzekleines Daumen nach oben auf dieses Video. Abonnieren Sie mich auch gerne kostenlos und wenn Sie die Glocke aktivieren, dann bekommen Sie in Zukunft immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir online geht. Ich habe mir ein bisschen Notizen gemacht auf einem alten Zettel, während ich das geschaut habe. Vielleicht vorab, ich habe diese Sendung nicht am Karfreitag geschaut, an der es ausgestrahlt wurde, an dem es ausgestrahlt wurde. Ich glaube, das war Karfreitag, denke ich mal auch, weil das ist ja auch die Passionserzählung. Einfach deshalb, weil das ganze vom Stil her gestaltet war wie ein Poporatorium, Popmusical, sowas in diese Richtung und ich das nicht unbedingt angemessen finde für den Karfreitag. Da bin ich dann eher so jemand, der eher was Klassisches schaut, also eine klassische Passionserzählung und weniger mit Pop-Songs, sondern auch ein bisschen mehr mit Stille und so weiter. Aber im Nachhinein habe ich dann hier und da immer wieder in den sozialen Medien etwas über diese Sendung gelesen, entweder total Positives oder total Negatives oder auch so ein bisschen hin und her Gerissenes und war dann doch sehr neugierig, was es damit auf sich hat, weil die einen das total peinlich fanden, also jetzt gerade auch in katholischen Kreisen oder auch in konfessionsübergreifenden christlichen Kreisen. Das ganze entweder als total peinliche Produktion wahrgenommen worden ist oder als total berührend und nachdem ich diese verschiedenen Bewertungen auch schon dann gelesen habe, dachte ich mir, ich will das alles jetzt mal außen vor lassen und mir ganz unvoreingenommen selbst ein Urteil bilden. Ich hatte sie dann auch gefragt, weil mehrere Leute mir entweder öffentlich oder privat geschrieben hatten und gefragt haben, ob ich nicht was zu dieser Produktion sagen könnte, dass ich dann wirklich das auch nachholen muss. Also habe ich mich hingesetzt und auf TVNOW, das ist jetzt keine Werbung für TVNOW, also keine Sorge, dass da einfach noch mal nachgeschaut, weil man das da bis jetzt immer noch angucken kann. Ich weiß nicht, wie lange das online bleibt oder frei zugänglich ist. Ich kann mir vorstellen, dass das nach einer Woche dann nur mit einem Account geht oder wie auch immer. Also wenn sie sich das noch anschauen wollen, tun sie das am besten noch heute oder morgen. Vielleicht erst mal ganz zu Anfang. Wie gesagt, der Stil und der Anspruch. Der Stil dieser Produktion war so etwas wie, wie gesagt, Poporatorium, Popmusical. Man muss das wissen, um zu wissen, was man erwarten kann und was eben nicht. Das ist eben auch die wichtige Sache. Also es war in diesem Stil Poporatorium und das ganze aber dann gestaltet nicht mit Musical Songs, also klassischen Musical Songs, sondern mit bekannten deutschen Pop Songs, deren Lyrics, deren Songtexte tatsächlich zu den einzelnen Situationen oder auch Perspektiven der Gestalten der Passionserzählung passen. Erstaunlicherweise sehr, sehr gut, also teilweise sehr, sehr gut gepasst haben. Manchmal war dann auch etwas, ich sag mal, da könnte man die Botschaft auch falsch verstehen. Dazu werde ich gleich auch noch kommen. Aber insgesamt hat sich das sehr gut miteinander zusammengefügt, sag ich mal. Also man muss das wissen, damit man weiß, was einen erwartet. Und das Ganze ist aufgezogen worden, nicht als klassische Passionserzählung, sondern eine Erzählung, wie sie heutzutage im Jahre 2022 geschehen könnte. Das heißt, die Personen sind ganz normal modern, modern gekleidet, nicht alles so gestaltet, wie es eben vor 2000 Jahren war, sondern es ist eine Geschichte von heute. Jesus, die Apostel, die immer als Freunde bezeichnet werden, die dann nicht, Jesus, der nicht auf dem Esel eingereitet, kommt nach Jerusalem, beziehungsweise nach Essen, wo das Ganze auch dann stattgefunden hat, sondern mit dem Bus angereist kommt oder der nicht abgeholt wird von den von von den Tempeldienern und also den Dienern der hohe Priester, sondern von der Polizei, im Polizeiauto abgeholt wird und so weiter und so fort. Also eine sehr moderne Geschichte, das letzte Abendmahl in einem Restaurant stattgefunden hat. Also man hat das Ganze als richtig als moderne Geschichte aufgezogen. Und davon ausgehend muss man, glaube ich, auch mit dieser Erwartungshaltung, muss man auch dann an die Sache rangehen. Sonst geht man mit Erwartungen ran, die diese Produktion selbst gar nicht an sich gestellt hat und dann kann man eigentlich nur enttäuscht werden, dass es eben nicht eine 1 zu 1 Erzählung ist und dass es nicht ganz genau so dargestellt wird und dann gibt es sehr viel, dass man daran eben auszusetzen hat. Und dann verstehe ich auch, wenn Menschen sagen, es ist peinlich, es geht nicht mehr. Aber es ist eben ja gar nicht so gedacht gewesen, sondern als moderne Geschichte. Dann fand ich sehr interessant, welche Promis sich an diesem Projekt beteiligt haben. Alexander Klaas hat Jesus gespielt. Das fand ich wahr eigentlich ideal. Warum? Nicht, weil Alexander Klaas aussieht wie Jesus, sondern weil er jahrelange Musical-Erfahrung hat. Also auch gerade in Musicals mit biblischem Inhalt sehr oft sich schon beteiligt hat. Er ist ja dauerhaft eigentlich bei Musicals mit dabei. Zum Beispiel gibt es ja ein Musical über Josef und seine Brüder und er spielte dort lange Zeit Josef, wollte ich sagen. Also die Biblisch zu sprechen, in einem religiösen Musical aufzutreten mit einer gewissen Ausstrahlung. Und er hat das wirklich sehr gut gemacht. Und man merkt auch, Sie müssen da natürlich auch bedenken, dass ich so besonders auch Interesse an dem Musikalischen habe. Als Kind einer Musikerfamilie ist das einfach auch für mich etwas, was ich mit besonderer Aufmerksamkeit verfolge. Und da ist er natürlich bei weitem herausgestochen mit seiner Musical-Art. Er sang auch im Musical-Stil, blieb die ganze Zeit in seiner Rolle. Ich will damit nicht sagen, dass die anderen das schlecht gemacht haben. Aber das waren ja, also die meisten, die da zum Beispiel den Apostelkreis Gegründe gebildet haben, die meisten, nicht alle, sind selbst Sänger. Entweder aus dem Schlagerbereich oder aus anderen Bereichen. Ich habe zum Beispiel den Thomas Enz entdeckt von Könige und Priester. Der war ja selber auch bei DSDS, so wie Alexander Klaas ja auch. Und dann diese Wojczak, die war auch bei DSDS schon mal. Also die haben da schon die richtigen Leute natürlich sich ausgesucht, RTL, Leute unter sich geblieben sozusagen. Aber das waren eben Sänger, die haben in ihrem Stil, wie sie eben auch singen, gesungen. Und das ist ein Pop-Stil, ja, aber nicht unbedingt jetzt Musical-mäßig. Und bei Alexander Klaas hat man das natürlich gemerkt, dass er nicht einfach nur Sänger ist, Künstler ist, sondern der das Ganze auch wirklich in dieser Branche tut im Musical-Bereich. Ich weiß nicht genau, was die Absicht natürlich dahinter war, auch Frauen in den Zwölferkreis, also in den Cast des Zwölferkreises hineinzunehmen, ob man da eine Quote erfüllen wollte oder ob das auch eine theologische Aussage sein soll. Denn da könnte es natürlich dann schwierig werden. Und da könnte man dann natürlich auch darüber diskutieren, warum im Zwölferkreis plötzlich Frauen sind. Aber gut, da möchte ich jetzt auch nicht zu tief in Dinge hineingehen, die eigentlich dann nur Spekulation sein werden. Denn ich habe kein Statement RTLs oder so vor mir, die da etwas zu sagen. Die ganze Veranstaltung ist moderiert worden. Ich würde es nicht unbedingt so bezeichnen, dass er es als Evangelist tat mehr als außenstehender Moderator, also wurde übernommen von Thomas Gottschalk. Er hat das erstaunlich gut gemacht. Erstaunlich, das soll ja nicht heißen, dass er schlecht ist. Er ist natürlich ein Moderator mit jahrzehntelanger Erfahrung. Aber dass er, also die Art, wie er dieses Ereignis auch immer wieder kommentiert und so weiter, kommentiert hat, das war schon gar nicht schlecht gemacht. Zwischendurch kamen natürlich Aussagen, die einen ein bisschen crinchen lassen, sag ich mal, etwas peinlich waren. Dass er zum Beispiel immer wieder betont hat, dass es kein frommes Ereignis ist, das hier dargestellt... Nein, es ist ein frommes Ereignis, das dargestellt wurde. Aber wie es aufgezogen wurde, sollte nicht fromm sein, sondern für Menschen... Also ich verstehe die Aussage dahinter. Also was damit gemeint ist, dass man eben alle Menschen ansprechen möchte. Und ich fand es auch wirklich gut, das muss man auch positiv betonen, dass Thomas Gottschalk sagte, dass das etwas ist, dass der Kreuz des Todes Jesu Christi, diese Erlösungstat Jesu Christi, dass das alle Menschen angeht, weil er ja für alle Menschen gestorben ist. Dass er das zum Beispiel gesagt hat, finde ich toll. Aber dass dann immer wieder betont wird, wie hier wird jetzt kein Weihrauchfass geschwenkt oder das sind dann auch manchmal so Aussagen, die etwas peinlich waren, sag ich mal. Da habe ich ein bisschen gecringed, aber na gut. Also ich sage mal, das hielt sich echt total im Rahmen. Man könnte eher denken, dass da mehr gestichelt wird. Insgesamt auch gegen das Christentum oder so. Aber das war gar nicht der Fall. Es war auch wenig Kritisches dabei. Also dass man sagt, ja, natürlich. Er hat zum Beispiel am Ende gesagt, die Auferstehung Jesu Christi, dass die Apostel das dann auch beteuert haben und so weiter. Ob sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Glauben, was die Kirche an Ostern auch feiert, das sei ihnen überlassen. Er lässt es offen, aber er sagt da nicht so Dinge wie, ja, das ist ja höchst zweifelhaft, ob Jesus wirklich auferstanden ist oder so. Das hätte ja sein können. So was hätte ja kommen können. Aber nein. Also das war schon, also ich sage mal, dieses Ereignis, die Passion ist ziemlich respektvoll behandelt worden. Und zwar für RTL finde ich das wirklich, wirklich, das muss man schon sagen. Also für die, diese, diesen ganzen, die ganzen äußeren Umstände war das schon sehr bemerkenswert in unserer heutigen Zeit. Ich fand es gut, dass immer wieder auch die Bibel zitiert worden ist. Natürlich manchmal auch umschrieben oder auch in Aus-, also in Übersetzungen vielleicht auch, die eher protestantischer Natur sind. Ich finde es natürlich dann auch, also es triggert mich natürlich auch, wenn es dann heißt, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Naja, also da kann man natürlich jetzt auch über diese, diese Formulierungen streiten. Aber wie gesagt, ich möchte gar nicht mit diesen, mit diesen Erwartungen und auch mit diesem Anspruch an die Sache herangehen und das bewerten. Denn das wird es nie erreichen können. Und das ist eine weltliche Produktion. Und wie gesagt, davon ausgehend möchte ich da jetzt natürlich auch gar nicht sagen, warum haben die nicht das so und so gemacht? Bestimmte Dinge muss ich auch auf jeden Fall dann kritisieren. Zum Beispiel, wenn ganz am Anfang und auch dann zum Schluss Thomas Gottschalk sagt, die zentrale Botschaft dieser, dieser ganzen Sache und auch des Kreuzes ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Einerseits ja, das Doppelgebot der Liebe, das ist zentral, das ist das Herzstück des Evangeliums Jesu Christi. Aber nur die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist ja das Schema Israel. Zuerst die Gottesliebe und dann eben die Nächstenliebe daran gekoppelt. Und das ist ja das Doppelgebot der Liebe. Nicht nur die Nächstenliebe. Also das ist natürlich in der Hinsicht einseitig oder auch oberflächlich andererseits. Aber ist das, was natürlich auch dann zum Schluss durch die weiteren Kommentare, die Thomas Gottschalk nannte, also zum Schluss nochmal dann deutlich geworden, vielleicht warum das als die zentrale Botschaft daraus gezogen wird von so jemandem wie Thomas Gottschalk, dass nämlich wir ebenso handeln sollen oder ausgehend von dieser Liebestat Gottes an uns, wir einander diese Liebe doch auch zeigen könnten. Wenn Jesus schon sein Leben für uns hingibt, warum können wir einander nicht Liebe zeigen? Auf diese Art und Weise, wie wir es können, wie wir uns selbst lieben. Also in diesem Maß. Aber in der Hinsicht muss man schon sagen, hat man da doch natürlich schon sehr viel verstanden. Und das muss man natürlich dem Ganzen erstmal positiv anmerken. Aber wie gesagt, das ist natürlich längst nicht alles. Und die zentrale Botschaft von Karfreitag war natürlich nicht Liebe der Nächsten wie dich selbst. Das ist so insgesamt vielleicht auf das Evangelium wie Christi zu beziehen. Viel mehr würde natürlich passen, hätte Thomas Gottschalk jetzt gesagt, sowas wie, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab aus dem Johannesevangelium. Wenn so etwas genannt worden wäre, dann hätte es natürlich zum Karfreitag, zur Passion besser gepasst. Aber wie gesagt, dass überhaupt am Ende dieser Bezugnahme auf uns, auf unsere heutige Zeit und auf unser persönliches Leben und unser Verhalten gezogen wird. Und dass man sagt, deshalb müssen wir einander auch diese Liebe zeigen, ist auf jeden Fall viel mehr, als man jemals erwarten würde im weltlichen Fernsehen im Jahre 2022 vom Sender RTL. In der Hinsicht wirklich wow, wirklich wow. Es gibt auch noch eine Sache und zwar gab es eine Aktion, dass man ein Kreuz bis zu der Bühne gebracht hat. Also von, ich weiß gar nicht, jetzt habe ich schon wieder vergessen, von welchem Ortsteil Essens ausgehend man dieses Kreuz dann getragen hat. Dahin, wo die Bühne aufgebaut war neben dem Essener Dom. Da hat man Menschen gecastet, die haben sich dort beworben und die sind dann ausgewählt worden und die dann dieses Kreuz dahin getragen haben. Und die sind unterwegs immer wieder auch befragt worden und die haben Zeugnis gegeben, ihre Glaubensgeschichte erzählt, warum sie sich beworben haben, warum sie jetzt da sind und dieses Kreuz tragen, welche Bedeutung für sie das Kreuz Jesu Christi hat. Und das fand ich auch total überraschend einfach, dass so etwas im Fernsehen, im weltlichen Fernsehen gezeigt wird und dafür eine Bühne bekommt. Es gab natürlich unterschiedliche Zeugnisse und manche sind da mehr oberflächlich gewesen als die anderen. Aber da waren auch Menschen, die haben sich nicht geschämt, über natürliche Ereignisse in ihrem Leben zu sprechen, sich verletzlich zu zeigen und auch über die Wunder zu sprechen, die Gott heutzutage in ihrem, also in unserem Leben wirklich noch vollbringt. Und das ist, das auch heutzutage noch gibt. Und wie Gott, wie wir Gott begegnen und wie er Teil unseres Lebens sein will und wie sie auf diese Weise zu einem lebendigen Glauben gekommen sind. Bei einer Sache war ich mir nicht sicher, ob es der breiteste Pastor Deutschlands war, weil ich nicht weiß, wie der heißt. Aber da war einer so voll in Tattoos und auch voll so ein richtiger Bodybuilder-mäßiger Typ, der dann auch interviewt wurde. Und er meinte, Pumpen und Glauben gehören zusammen. Deshalb dachte ich, ist das der breiteste Pastor? Wenn das nicht stimmt, dann korrigieren Sie mich bitte. Aber da war zum Beispiel so jemand auch mit dabei. Oder eine Frau, wie gesagt, die ein Wunder erlebt hat, weil ihr Mann eigentlich schon dem Tode nahe war. Oder ein junger Mann, der zum katholischen Glauben, also der schon katholisch war, aber dann wirklich auch sich bekehrt hat und dann praktizierender Katholik wurde mit einer wunderbaren Medaille um den Hals. Das hat mich auch total gewundert, dass sowas eine Bühne auf RTL bekommt. Verstehen Sie, das sind so Dinge, ich bin wirklich ohne Erwartungen an diese Sache herangegangen und bin deshalb auch positiv überrascht worden, auch weil ich einfach mit dem, ich will nicht fies sein, aber ich habe schon so ein bisschen mit dem Schlimmsten gerechnet, weil man immer denkt, ja, vielleicht macht man daraus so eine Geschichte aus Judas Sicht oder aus Maria Magdalenas Sicht und dann irgendwie unter Zuhilfenahme irgendwelcher gnostischer Schriften, Thomas Evangelium oder sonst was, sowas in die Richtung. Aber nein, es ist wirklich, so ich sage mal das Zentrale, wirklich das Wesentliche aufgegriffen worden. Und wie gesagt, solche Menschen sind da auch zur Sprache gekommen. Es war auch, finde ich, rührend zu sehen, ein Paar, eine Ukrainerin und eine Russe. Und wie Sie natürlich auch dann das Kreuz sehen. Also natürlich hat man dann auch diese ganze Situation, diese Kriegssituation dann auch mit hineingenommen. Das sind die Nöte unserer heutigen Zeit, im Jahre 2022. Und auch Corona ist da zur Sprache gekommen, wie dort eben eine junge Frau das erlebt hat, diese Isolation und wie der Glaube ihr dann geholfen hat. Also das sind solche Zeugnisse, die da gegeben wurden. Wie gesagt, es sind dann bei dieser Interpretation der Passionserzählung immer wieder Popsongs gekommen und die Auswahl war ziemlich gut. Also es passte überraschend gut zu der Situation, was da so an Songtexten kam. Bei einer Sache und zwar gleich beim allerersten Lied, das beim Einzug nach Jerusalem sozusagen war, Palmsonntagsszene mit Jesus und der mit dem Bus da ankam, da wurde ein Hoch auf uns gesungen von Andreas Burani. Und da war es dann so ein bisschen, das passt schon. Es war ein feiern, ein feiernder Moment natürlich, Palmsonntag und so. Aber man könnte das Lied auch ein bisschen falsch verstehen, nämlich hedonistisch. Ein Hoch auf dieses Leben. Dieses Leben ist lebenswert, ja. Aber die Botschaft Jesu Christi ist ja nicht, dass wir, das könnte man nämlich jetzt so verstehen, ein Hoch auf dieses Leben, also lassen wir die Sau raus und genießen dieses Leben. Sondern seine Botschaft ist ja die Botschaft vom Reich Gottes. Und dass wir uns konzentrieren sollen auf das ewige Leben. Dass wir alles dafür tun sollen, um das Himmelreich zu erlangen. Und dass das unser Jetzt auch schon prägen soll, unsere Gegenwart prägen soll. Und wir dementsprechend unser Leben ausrichten. Und ja, also wenn so, bei solchen Liedern denkt man dann natürlich, okay, das ist ambivalent, das könnte auch so oder so in diese Richtung ausgelegt werden. Und wenn Dinge natürlich nicht explizit ausformuliert werden, sondern so offengelassen werden, dann ist es immer anfällig für Instrumentalisierung in eine bestimmte Richtung, die vielleicht auch vom Evangelium weggeht. Aber wie gesagt, man kann nicht erwarten, das sind ja Pop-Songs, die teilweise 20 oder sogar 30 Jahre alt sind, die nicht für diese Veranstaltung komponiert wurden. Sondern dass man dann eben geschaut hat, was wesentlich zu der Situation jetzt passen würde. Was ich auch sehr positiv anmerken muss, ist, dass Maria immer wieder in den Blick kommt. Sie ist nicht Teil der Haupthandlung, wie sie da beschrieben wird, sondern sie ist ein betrachtender Part, dass sie immer wieder auftaucht und aus Sicht der Mutter das Leiden betrachtet. Und da sah man auch immer wieder Leute in der, also die Zuschauer, das ist sowieso eine Sache. Man merkte, dass die Leute, die dort waren, es gab auch viele, die waren bei dieser Open-Air-Bühne auch als Zuschauer dabei, dass die sehr aufmerksam dem Ganzen gelauscht haben. Und da kamen ja immer wieder Bibeltexte. Das war schon ein Moment der Evangelisierung, weil da Menschen hinkommen, die, also heutzutage haben wir sehr wenige Menschen, die überhaupt noch im Glauben verwurzelt sind, die eine kirchliche Sozialisation haben, die vielleicht wirklich noch nie etwas vom christlichen Glauben gehört haben oder wirklich nur so von Hören sagen. Die kommen viel unvoreingenommener zu so einer Veranstaltung mit viel mehr Interesse und Neugier, weil sie das überhaupt gar nicht kennen. Und man merkte, dass da eine Aufmerksamkeit war. In vielen Szenen hätte man eine Stecknadel auf den Boden fallen hören können, weil es plötzlich, es hätten alle die Luft angehalten. Und man sah wirklich, wie interessiert die Menschen da auch waren und auch berührt. Und gerade bei Marias Liedern auch, ich glaube, das war gleich das allererste Lied, das war ein Sarah-Connor-Lied, das passte auch sehr gut, ja. Da sah man Frauen im Publikum, die geweint haben. Also das hat schon was mit den Menschen gemacht. Und gerade Maria. Maria, wie sie eben als Mutter das Leiden ihres Sohnes miterlebt. Das fand ich total, also als katholischer Mensch, also mir geht natürlich die katholische Seele auf, das katholische Herz auf, weil Maria auch in den Blick genommen wird, wie sie, die schmerzhafte Mutter, die ganze Passion wahrnimmt. Und weil ich natürlich jetzt am Mittwoch ein Buch besprochen habe über das Thema Promultis, dass das Ganze jetzt ja auch mit für viele vergossen in den Einsetzungsworten übersetzt werden soll und nicht mehr für alle, also weil das, oder warum das ein Fehler war, ist einfach zu ändern aus pasoralen Gründen. Von Manfred Hauke. Also schauen Sie gerne nochmal in dieses Video. Das ist ein sehr interessantes Buch. Und ich hatte Sie auch gefragt, wenn Sie zu dem Thema überhaupt mal ein Video haben möchten, schreiben Sie es in die Kommentare. Das können Sie hier natürlich auch machen. Also das Angebot steht immer noch. Bin ich jetzt einfach auch aufmerksam natürlich dann dabei gewesen, bei den Abendmahls, bei der Abendmahlszene. Und da hat Alexander Klaus als Jesus tatsächlich auch gesagt, dass Blut, das für die vielen vergossen wird. Für die vielen ist natürlich nochmal eine andere Nuance, aber dass das Wort viele kommt und nicht alle, das fand ich interessant, weil das natürlich wortgetreuer ist, von Bibeltexten her. Und dann kam das Ende und die eigentliche Kreuzigungsszene ist nicht gezeigt worden. Thomas Gottschalk erklärt auch warum. Hinrichtungen sind heutzutage nicht mehr etwas, das öffentlich zur Schau gestellt wird. Und das ist eine moderne Geschichte. Das Kreuz, das die Leute da hingetragen haben, diese Leute, die sich da beworben haben, ist dort dann auch abgelegt worden. Also das Kreuz war schon präsent, aber Jesus war nicht an dem Kreuz. Einerseits finde ich das plausibel, warum man das so gemacht hat. Andererseits natürlich aber auch schade, weil das ja der Höhepunkt der Passionserzählung ist. Und dass man den Gekreuzigten natürlich eigentlich zeigen sollte, weil das Kreuz eben dieses Zeichen ist. Das Zeichen, an dem man Anstoß nimmt bis heute. Und wenn man es nicht zeigt, ist es irgendwie so ein bisschen, man könnte es so als Botschaft der Kapitulation auch irgendwo verstehen. Vor allem aber dann ist es auch nicht mehr so konsistent, weil die ganze Erzählung bis dahin sehr gut eigentlich auch ziemlich getreu, sag ich mal, von den Evangeliumsberichten her auch dargestellt worden war. Und dann fehlte eben diese wichtigste Szene. Und das fand ich ein bisschen schade. Andererseits fand ich gut, dass dann der Darsteller von Pontius Pilatus erklärt hat, wie eine Kreuzigung ablief. Und dann hat er sogar einen Nagel gezeigt, wie groß eigentlich oder dick und lang so ein Nagel ist, der durch die Hand- und Fußgelenke des Krokarius des zu Kreuzigenden getrieben worden ist. Also das fand ich dann wiederum sehr gut, dass das auch schonungslos in dieser Brutalität erklärt wurde, damit die Menschen einfach wissen, was Jesus für uns eigentlich erlitten hat. Auch wenn das jetzt nicht so ausführlich war, aber dass so etwas gesagt worden ist, ist schon wirklich mehr als man für RTL erwarten kann. Normalerweise, sag ich mal. Was ich dann aber wiederum gut fand und dass man das eben schon auch angedeutet hat, das ist eine Passionserzählung, die endet mit der Kreuzigung und mit der Grablegung. Aber dass man dann auch schon den Auferstandenen sehen durfte. Das fand ich dann wiederum gut, vor allem jetzt, wo ich das im Nachhinein schon in der Osteroktav schaue, ist das natürlich dann nicht nur einfach eine Passionserzählung für mich, sondern die Ostergeschichte. Ja, die Ostergeschichte, na gut, auch nicht mit dem offenen Grab, also mit dem wehren Grab und so weiter, aber zumindest, dass Ostern auch schon anklingt und dass Alexander Klafs dann auf dem Gebäude ganz oben stand, ganz in weiß gekleidet und von dort aus nochmal sozusagen das Motto-Lied gesungen hat, Halt dich an mir fest. Auch nochmal eine starke Botschaft für die Menschen von heute, die Einladung an Christus festzuhalten, auch in heutiger Zeit mit ihren heutigen Nöten. Also insgesamt, wie gesagt, bin ich an diese Produktion sehr erwartungslos herangegangen, einfach deshalb, weil es eine weltliche Produktion ist, im weltlichen Fernsehen und da kann man eigentlich sogar eher erwarten, wenn man auch so schaut in die Programmvorschau oder so was an Programm läuft über die Kar- und Ostertage und ganz oft an sowas wie Dan Browns Bücherverfilmungen, also sie wissen, was ich meine, welche da gemeint sind und so Verschwörungsmäßige Sachen, der Sensationsgrund, Jesu Frau, Jesu Kinder und so, Jesus ist nicht wirklich tot oder Jesus ist nicht auferstanden und das und das hat das bewiesen, nicht also so solche, dass das nicht in diesem Stil getan wurde, sondern wirklich die Geschichte an sich ernst genommen worden ist. Natürlich auf eine Art und Weise, die vielleicht viel zu oberflächlich für uns ist, wenn wir wirklich etwas erwarten, wenn wir wirklich die Passionserzählung haben wollen, da muss man natürlich schon, wenn man etwas haben möchte, was auch in die Tiefe geht, sowas wie Passion gucken. Das ist klar. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Aber ich sag mal, für ein Publikum, das überhaupt nicht sozialisiert ist, im katholischen Glauben oder generell im Christentum, ist das schon sehr viel gewesen und auch mutig, solche Dinge da zu sagen und die Bibel zu zitieren. Und ich bin, wie gesagt, auch deshalb positiv überrascht, wer alles daran mitgewirkt hat, weil das ja auch schon irgendwie was aussagt, an so einer Produktion mitzuwirken. Also, dass nicht nur so Leute wie Thomas Enz oder auch Samuel Koch mitgewirkt haben, sondern, ja, ich habe da zum Beispiel das Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Urgestein da gesehen. Ich weiß bis heute nicht, wie der heißt und ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben eine Folge Gute Zeiten, Schlechte Zeiten geguckt. Aber, dass der da auch mitspielt, ich weiß nicht, ob der überhaupt noch mitspielt, aber das ist einfach ein Gesicht, das man irgendwie kennt aus dem Fernsehen, dass der einer der Mitgekreuzigten ist, dass er bei so einer Produktion mitwirkt, hätte man so nicht gedacht. Und insgesamt sieht man immer wieder dann Schauspieler, von denen man das nicht erwartet hätte, die da dann mitgewirkt haben. Und ich bete, dass dieses Projekt etwas mit ihnen macht. Dass Menschen, die da vielleicht mitgemacht haben, vielleicht nicht unbedingt aus Glaubensgründen, sondern weil es sie reizt oder wie auch immer, dass sie zum Nachdenken gekommen sind. Ich persönlich hätte das auf jeden Fall an Karfreitag mir nicht angeschaut. Einfach deshalb, weil ich an Karfreitag dann was anderes möchte. Also, eine klassische Passionserzählung, die auch in die Tiefe geht. Und etwas, das mich, ja. Aber insgesamt muss ich doch sagen, ich dachte zuerst, ja, ich werde mir das antun. Also wirklich, so habe ich das auch gedacht, ja, ich tue mir mal eine RTL-Produktion an und opfere diese Stunden, damit sie das vielleicht nicht tun müssen oder vielleicht doch. Aber im Nachhinein war ich positiv überrascht und aus musikalischer Sicht war es sowieso eine Bereicherung, denn ich muss schon sagen, das haben sie sehr gut gemacht musikalisch. Und Alexander Klafs Stimme fand ich schon immer sehr, sehr gut und hatte mich auch gefreut, als er damals Deutschlandsuch den Superstar gewonnen hatte. Und bis heute bewundere ich seine Stimme und bin auch froh, dass er in den Musicalbereich gegangen ist, weil es irgendwie auch sehr zu ihm passt, zu seiner Stimme und einfach zu seiner Art. Das freut mich. Aber auch insgesamt die anderen Dinge und auch die Musikauswahl und wie das Ganze interpretiert worden ist, die Begleitung, die Band, der Chor, es war musikalisch gesehen auch sehr, sehr gut. Das ist für mich aber etwas, das ich nicht in die K- und Ostertage selbst, vor allem in die K-Tage passend finde. Oder ja, also für mich persönlich ist das nichts für die K-Tage. Wie gesagt, Pop und so, diese ganzen fetten Beats. Und auch wenn die Songtexte wunderbar passen, also meistens gut passen, möchte ich persönlich einfach am Karfreitag was anderes. Aber ich bin froh, dass ich mir das jetzt zumindest dann angeschaut habe. Und das ist gerade für ganz Außenstehende wirklich sehr gut so etwas gewesen, weil sie relativ direkt mit der Botschaft in Berührung gekommen sind. Weil dort ja auch die Bibel zitiert wird oder wenn auch in einfacheren Worten oder auch in moderneren Worten, ich sag mal, die wesentlichen Momente sind auch relativ gut dargestellt worden, auch was die Texte anbelangt. Und ich sag mal, die zentrale Botschaft Karfreitags ist ja wirklich auch rübergekommen. Und auch wenn das für den einen oder anderen zu oberflächlich ist, die schon selbst von Anfang an tief im Glauben waren und auch vielleicht damit aufgewachsen sind, ist das für solche Menschen, die man an den äußersten Grenzen erreichen möchte, wirklich gut gewesen. Weil es nicht sofort wieder vermischt war mit irgendwelchen kritischen, ja, wir wissen nicht, ob Jesus von den Toten auferstanden ist. Und diese kritischen Überlegungen helfen nicht dabei, Menschen überhaupt erstmal diese Botschaft von der Liebe und Hingabe Gottes zu vermitteln. Darüber kann man wann anders nachdenken. Aber nicht in dieser Situation. Und das hat RTL geschafft. Und da muss ich schon dem Ganzen auf jeden Fall einen Lob aussprechen. Schreiben Sie gerne in die Kommentare, wie Sie es aufgefasst haben. So vielleicht ein hoffentlich differenziertes Urteil oder mein Eindruck, sagen wir es mal so, denn über Geschmack lässt sich natürlich letztendlich nicht streiten. Mein Eindruck war hoffentlich differenziert genug dargelegt. Und soweit vielleicht zu dieser Produktion. Am Freitag werden Sie dann ein Sendvideo von mir bekommen zur Betzings Antwort, der an den Brandbrief der 74 Bischöfe und was sonst noch so zum Thema Synodaler Weg und so weiter gerade alles los ist. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Gottes reichen Segen. Seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es gut. 1 1 1 2 2 2